Altesa! Was ist los? Komm jetzt, es kollabiert! Wir haben die notwendigen Mittel, um sie zu heilen. Bitte retten Sie sie. Ich habe herausgefunden, wie man diese Krankheit heilt, aber was kann ich tun? Bitte fertigen Sie eine Ruhenfassung für uns an. Das Verfahren war im Buch beschrieben und ich erinnere mich noch daran. Wir müssen uns beeilen, Meister. In Ordnung. Ihr anderen geht alle nach draußen. Mythos ist noch da. Ich frage mich, ob Colette es schaffen wird. Wir haben getan, was wir konnten. Sie hat recht, Leute. Ist etwas unberuhigelig. Ich kann jetzt nicht essen. Sag das nicht, wie wäre es mit ein paar Möhrchen? Oder einer Kartoffel? Soll das, das ist gerade nicht der richtige Augenblick. Ich möchte wirklich nichts. Hey, was ist mit dir und Genis? Warum seid ihr beide so mies drauf? Ja, was ist los, Genis? Mythos, ähm, äh... Die Behandlung ist abgeschlossen. Wie geht es, Colette? Sie schläft jetzt. Sie schläft jetzt. Wenn sie wach ist... Sie schläft jetzt. Wenn sie wach ist, wird ihr Körper wieder in seinem alten Zustand sein. Der Kurseskristall wird dann vollständig von der Ruhenfassung kontrolliert werden. Ah, so ein Glück. Ich verstehe. Colette muss jetzt nicht mehr leiden. Hey, lass uns heute Abend beim Essen Colettes Genesung feiern. Wieso denkst du eigentlich ständig nur ans Essen? Weil wir gute Freunde sind, okay? Ich mache mir Sorgen um dich. Back off! Du musst müde sein. Zu nahe. Es sieht aus, als werdet ihr gute Freunde. Ja, sieht so aus, nicht? Bist du auch müde, Genis? Mythos, wir sind Freunde, richtig? Was? Natürlich, was meinst du? Wir sind wirklich gut befreundet, oder? Ja. Ich glaub dir, okay? Ich bin plötzlich total müde. Ich geh ins Bett. Es ist nicht gut für die Verdauung, wenn du gleich nach dem Essen ins Bett gehst. Geht's dir gut? Die Erschöpfung hat dich doch eingeholt. Mir geht's gut. Ich leg mich nur ein Weilchen hin. Mein Körper! Ich kann nicht gehen! Willst du deinen Vater treffen? Hä? Was hast du mit meinem Vater getan? Ich sag nur gut gar, Johann. Ich sag nur gut gar, Johann. Was? Die Renegades und Crucius sind sie, nicht wahr? Also, warum... Quiet. Natürlich, die Drugs sollte jeder sein. Drugs? Wo ist mein Vater? Wenn du was mit meinem Vater getan hast, Ich will alle letzten von euch in Stückchen zerbauen! Jetzt, jetzt. Ist das die Art, wie du agieren möchtest, wenn du deinen Vater zum ersten Mal kennst? Also es war du. Du. Du warst der Assassin, der versucht, mich in Heima zu töten. Kratos. Wenn du dein Sohn's Leben überhaupt wert hast, mach wie wir sagen. Das Good Guy war übrigens ironisch gemeint. Was sagst du denn? Verlust Origins-Seal. Otherwise, Lloyd wird gleich hier sterben. Nein. Kratos kann nicht mein Vater sein. Ich kann das nicht glauben. Ich will das nicht glauben. Wie fühlt es sich, dass dein eigener Sohn dich so zu retten? Hm. Ich denke, aus Ihrer Attitüte, dass du nicht planst auf die Origin veröffentlicht hast. Wenn das so ist, wird es dann einfach zu sterben. Eine Bewegung, und dein Sohn sterben! Du verändert hast, als du eine Familie hast. Wie in der Zeit, 15 Jahre vorhin, als Anna wurde transformiert in ein Monster, hast du deine Abilität zu retten. Was? Wenn sie nicht zusammen mit dir, sie hätte nie aussehen können. Sie hätte nie aussehen können. Sie hätte nie aussehen können wie so. Eine Frau nichtverschuldige. Keine Mutter. Kratos? Du bist gut? Ja, gut. Das stimmt. Lloyd, was ist da? Was passiert? Was soll ich glauben? Was soll ich glauben? Lloyd, dich aufzuhalten. Das ist nicht wahr. Krotos kann nicht sein. Der Mann, der uns verletzt hat und machte dich suffer. Er könnte nicht möglich sein. Mein Vater. Lloyd! Keine Ahnung, wer du bist. Keine Ahnung, wer deine Eltern sind. Keine Ahnung, dein Hintergrund. Du bist immer du. Ich bin... ich? Du bist der Mann, der mir sagte, dass ich nicht egal, was ich sehe, selbst wenn ich ein Engel bin, Ich bin immer ich. Und nicht vergessen. Krotos hat dich geschaut. Ja. Du bist richtig. Danke. Aber ich kann dich noch nicht sagen, Vater. Lloyd. Ich liebe was du... oder was Krucius macht. Too viele Leute haben sterben. Leute aus Silveront. Leute aus Tetheala. Zions und Renegade. Und Mitglied von Krutius. Sie sind alle Verletzungen. Ich versuchte die Idee, dass es okay, die Menschen für eine cause ist. Es ist nicht okay, zu verlieren. Keine Ahnung, keine Ahnung. 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 Ich wusste nicht, was passiert ist. Wie pathetisch. Sie hatten Proneema, die Tabs auf Krotos zu halten. Seitdem er sei, dass er die Informationen verleuchtet hat in der Gruppe Lloyd. Verdammt! Du Dressiel! Wie findest du das? Was? Das war eine ziemlich lustige Scheme, die du gehst. Es ist schwer zu glauben, dass diese schrecklichen Renegade, die immer wieder in meinem Weg waren, eigentlich leden von dir. Du. Wenn es nicht für meine Schöne will, deine Leben zu sparen, dann würde ich dich jetzt töten. Stopp! Was? Was ist passiert? Mythos. Also ist es wahr. Was ist wahr? Dass du mir nicht glaubst? Good guess, Genus. Weil ich nicht glaubst du auch. Mythos. Me saved. Shut up. Mythos. Me saved. Mythos. Wie kannst du das tun? Wie kannst du das tun? Du hast sogar riskiert dein Leben für sie zu retten. Mythos. Warum? Warum machst du das? Wie kannst du das tun? Wie kannst du Tabitha und Eltesa mit ihnen zusammenarbeiten? Du bist so gut mit ihnen zusammengekommen. Tabitha. Das warst du mit ihnen zu schütteln. Ich bin ja so gut mit ihnen versetzt. Das warst du. Wie kannst du das tun? Ich kann sie nicht abhalten. Und sie sind mit meiner Schütteln. Wie kannst du sie verraten? Ich bin mein bester Freund! Lloyd, stop! Bitte, Sie sind beide meine Freunde! Lord Yggdrasil, Ihre Wombs sind noch nicht healed. Bitte, das mit den Angeln. All right. Out of the way! This is gonna be cake. I don't know what I'm doing, but I still need it. I think you can do it. Was gab es Momente, wo ich froh bin, dass ich overpowered bin? The monster of Iron Knight, don't you? I just made a camera with me. Ich liebe dich! RISING FALTER TASKER TASKER RISING FALTER RISING FALTER TASKER RISING FALTER RISING FALTER RISING FALTER TASKER Was passiert? Das war so easy! RISING FALTER No life should be born for the sole purpose of dying? What do you think those X-fairs are that you're using? ジュ ... ... ... ... ... Oh, Leute. Sprich nicht, du musst dich schonen. Altesa hat mich gerettet. Bitte, Professor, bitte. Retten Sie ihn. Ich tue, was ich kann. Mythos, warum hat er das getan? Tapasa. Willkommen. Bitte. Sagt. Sagt. Es tut mir leid, ich habe dich nicht beschützen können. Bist du okay? Nun sind alle unsere Bemühungen umsonst gewesen. Dein Plan war, den Park mit Origins zu schließen und das ewige Shed einzusetzen. Richtig, und dann wollten wir mit der Mana-Kanone diesen Höllentum zerstören und den göttlichen Keim wachsen lassen. Das war unser Plan. Als ich über einen Insider der Design-Sim erst mal von dir gehörte, dachte ich, ich könnte Kratos zwingen, mitzumachen. Du warst nicht mit Mythos Ära der Halbelfen einverstanden? Der Plan war das Ergebnis des falsch verstanden letzten Wunsches von Mattel. Es ist nicht das, was sie wirklich wollte. Wie lautete der letzte Wunsch von Mattel? Sie sagte, sie wünschte sich eine Welt ohne Diskriminierung. Du solltest dich nicht bewegen. Nein, wir haben keine Zeit. Ich muss die Abtrünnung evakuieren, bevor sie von Didressel getötet werden. Warte, ist Kratos wirklich der Einzige, der das Siegel von Origin brechen kann? Ja, das Siegel wird gebrochen, wenn das Mana aus seinem Körper freigesetzt wird. Wenn er das tut, wird er wahrscheinlich sein Leben verlieren. Ja, das Siegel ist an sein Leben geknüpft. Kratos Leben? Glaubst du, wir müssen sein Leben opfern, um in den Besitz des ewigen Schwertes zu kommen? Lord, du wirst das ewige Schwert nicht führen können. Es sind zwar nicht die Kräfte eines Beschwörers erforderlich, du musst lediglich von Origin anerkannt werden. Eines kannst du jedoch nicht ändern. Was meinst du damit? Didressel Mythos sagte das auch. Nur Halbölfen können es Hand haben. Dieses Schwert wurde von Origin speziell für Mythos angefertigt. Was? Wir bilden jetzt Genis zum Schwertkämpfer aus. Oder Rain, die macht einem eh Angst, wenn sie wütend wird. Wird Altesa zurechtkommen? Ich habe mit dem Horn des Einhorns erste Hilfe geleistet. Aber wir sollten so schnell wie möglich einen Arzt rufen. Ja, im Gegensatz zu uns verwendet Altesa keine Ex-Vier. Heilkönste sind da nicht sehr wirkungsvoll. Ich kenne einen guten Arzt. Wir haben ihn aus Flaneur geholt, als unser Oberhaupt einmal schwer verletzt war. Lasst uns dort hingehen, Leute. Wir müssen den Arzt für Altesa rufen. Okay, Flaneur richtig? Dann los. Ja, wir müssen eh nach Flaneur, um mit Abyssion zu reden. Er war mein Freund. Mythos. War also tatsächlich Jirassil? Genis, du wusstest das und hast nichts gesagt? Weil ich es einfach nicht glauben wollte. Er war doch mein Freund, der war so nett. Genis, nimm dir die Sache nicht so zu Herzen. Lass dich von ihm nicht in die Irre führen. Hast du verstanden? Ich weiß, ich weiß, aber... Aber die Tränen wollen einfach nicht aufhören. Ja. Ist schon hart. Ich guck mal kurz nach meiner Aufnahmespur. Okay, äh, ich wollte nur gucken wegen Rauschen und so. Weil ich am Ende der letzten Aufnahme festgestellt hab, dass es am Ende ziemliches Rauschen im Hintergrund gegeben hat. Ich hab's größtmöglich entfernt. Man hört's aber immer noch an den Stellen, wo ich rede, weil ich's halt nur bei den wirklich stillen Stellen entfernen kann. Gut. Ein bisschen Rauschen ist eh immer da, weil... Halt die Lüftung meines Laptop, Sir. Das ist mit Kratos als Lois-Vader-Arter. Man sieht wirklich die Ähnlichkeit, find ich. Also die Haare zum Beispiel sind sehr ähnlich. In anderen Worten, die Haare sind fast gleich. Auf jeden Fall die Haarfarbe und... Äh, Konsistenz, mein ich. Hm, wo ist denn Zelos? Der spinnt doch. Warum muss er gerade jetzt abhauen? Wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren, gehen wir jetzt zuerst zum Arzt. Ich sag vorweg, hier gibt es jetzt in dieser Stadt eine Szene, erstens, wo man die Zuneigung zu einem Charakter hören kann, und zweitens, wo man fürs Ende des Spiel Kratos in die Party bekommen kann. Ein guter Arzt. Aber dafür verliert man dann was. Warum müssen wir denn weiten Weg hierher machen, nur um einen Doktor zu finden? Wenn du einen Quackswerber suchst, von denen gibt es viele. Aber bei einer so ernsten Wunde, es gibt nur sehr wenige Ärzte, die da helfen können. Wir werden niemals einen Doktor finden, wenn wir hier herumstehen und reden. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich weiß. Halte durch, Herr Tessa. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich werde dann auch noch einen extra Speicherplatz machen. Und dann... Äh, in dem extra Part nochmal die parallele Sequenz zeigen. Von... Ähm... Der alternativen Version halt. Wo man dann... Am Ende andere Szenen bekommt, weil man andere... Weil man Kratos in der Party hat. Aber das mache ich dann erst nächstes Mal. Ich verabschiede mich dann, sage... Ciao und bis dann. Und... Nächstes Mal gibt's... Da geht's dann auch mit den Nebenquests von Abyssion eventuell weiter. Mal gucken. Naja. See ya, guys. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.